so hallo wir machen weiter bei isaac repentance letztes mal haben wir im berserge mode im tainted samsung mode bis zu mega satan über die chest gespielt und dann waren zwei stunden rum und dann ist wie immer wenn es wenn man sich damit rechnet kommt das ding hier insofern rein da aber in einem extra part in einem extra part wenn mich der void jetzt natürlich sofort killt dann ist ganz klar dass wir hier ich weiß übrigens nicht was die crane game ist aber irgendwas wird es wohl sein wenn mich der void jetzt natürlich sofort killt ist klar dass ich das noch hinten dran hänge aber wenn wir jetzt hier länger als ich sag mal eine halbe stunde sitzen ist das ein extra part wert und das werden wir so wie ich mich kenne ok auf geht's und wir haben ja nach wie vor betta loot chests und alles mögliche also ich denke die wahrscheinlichkeit ist recht hoch dass wir im laufe dieser räume einen goldenen schlüssel und eine goldene bombe finden und damit joh ne die dann schon so einiges wo schützt damit geht dann schon so einiges einiges gut wir schauen wir mal wie weit wir kommen ich bin sehr gespannt delirium jetzt auch noch mitnehmen wäre natürlich in seien aber richtig in seien wir müssen halt schauen dass wir möglichst viele boss räume mitnehmen na das ist klar das heißt es wäre gut ein item zu finden mit dem ich mich notfalls raus teleportieren kann oder halt gut abzuschätzen wo der boss raum ist den wir nicht haben wollen jedes mal sammeln ich die half down ein muss man das mal merken welche das ist bevor ich die versehen die ich irgendwann wirklich noch auslöse schön rote herzen die rumliegen sind sehr gut und nützlich sehr gut noch mehr rote herzen die rumliegen rote herzen die rumliegen rote herzen die rumliegen ein blauer stein ein blauer stein i see you blauer stein gib mir einen small rock oder so das nehme ich und mehr rote herzen die rumliegen ok und mehr rote herzen die rumliegen noch keinen einzigen boss raum gefunden und mehr rote herzen die rumliegen und mehr rote herzen die rumliegen und mehr rote herzen die rumliegen aber der wirkt schon gefährlich wenn ich ehrlich bin er könnte schon wir gucken mal noch was noch alles für boss räume kommen jo da warte ich jetzt mal ab das sammeln ich jetzt mal noch nicht gleich ein das lassen wir jetzt erstmal hier liegen wir wissen dass es da ist weil wir sind halt im moment fast voll und wenn ich jetzt noch mehr blaue herzen zu zeug bekomme im moment liegen ja nicht genug will ich warte was macht nochmal ein missing page was macht nochmal ein missing page falsch ich habe mich verklickt hilfe ich wollte hier hin in den in den browser so missing ach so ein ekonomikon style effekt wenn ich damage ja und das würde ich dann würde ich doch das hier mit jetzt gerade bevorzugen wir haben genug rote herzen die rumliegen sind wir mal ganz ehrlich oha kritischer raum ich kriege auch nämlich ich kriege auch so rote herzen durch den durch den dinge oh mein gott ich kriege ja auch so rote herzen durch den durch den store effekt noch ein boss aber der ist noch gefährlicher er ist noch viel gefährlicher ich will halt nicht gleich in dings rein rennen es gibt da kein also der kleine anhaltspunkt den ich kenne der ist halt freundlich ausgedrückt jetzt nicht sonderlich ausreichend na wie ist es wobei die können jetzt der untere der obere kann jetzt schon keiner mehr sein der hier kann jetzt schon kein delirium mehr sein in den kann ich rein Der da drunter könnte, glaube ich, wenn das sich so aufbauen würde, könnte der, aber der hier auf jeden Fall nicht mehr. Der kann kein Delirium sein. Okay, es ist im Endeffekt wieder ein HP ab, ne? HP ab normalerweise plus Flug. Aber würde ich jetzt auch tatsächlich erstmal liegen lassen, für den Fall, dass wir irgendwas zum Rirolen bekommen. Weil es macht doch nur Flug und HP ab, ansonsten macht es doch nichts. Genau. Und Seraphim sind wir auch schon, fliegen können wir auch schon. Ich würde es jetzt erstmal liegen lassen, falls wir nachher die Chance bekommen zu Rirolen. Hier das Gleiche. Der gleiche Gedanke. Ich meine, wenn wir die ganzen Herzen verlieren, dann kann ich die mir damit immer noch auffüllen. Und dann ist es viel schlauer. Das, das ist das Ding. Das ist die, das ist das, das ist der, das ist der Kran. Okay, wie funktioniert das? Das habe ich noch nie gesehen. Crane Game. Wie geht das? Was macht das? Okay, das kostet fünf Münzen. Und was macht es dann? Es sorgt einfach dafür, dass ich meine Münzen verliere. Chillig. What? What? Ich meine, wenn ich das Item richtig sehe, dann will ich das nicht mal. Aber wie frustrierend ist denn das, wenn da nachher ein Item mal drin ist, was man haben möchte. Und man kriegt es einfach nicht. Kann man das irgendwie beeinflussen? Like, I don't know. Okay, wir lassen das. Falls ich noch über mehr Geldbettler oder so laufe, würde ich sie auch gerne beglücken. Okay, jetzt haben wir, oh Mann. So viele, das ist echt schwierig, ne? Ich würde gerne noch weiter gucken erst mal. Und nur sichere, ganz sichere Bossräume machen. Und ansonsten würde ich hoffen, dass wir irgendwas finden, wie, weiß ich nicht, The Fool oder so, dass ich notfalls halt aus dem Debürium wieder raus teleportieren kann. Das wäre halt gut, wenn wir so Karten finden würden. Und bisher haben wir tatsächlich noch nicht eine goldene Bombe gefunden, obwohl ich die... Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, wieder eine Situation, wo ich einen Raum mir anschauen kann. Na ja. Na ja. LH ist... Die könnten theoretisch beide zu dem Debürium-Raum werden, oder? Oder wie? Ich bin mir nicht sicher. Dürfen die aneinander anliegen, sozusagen, dann? Ich denke schon, dass die das dürfen. Ich warte jetzt erstmal noch weiter. Ansonsten werde ich natürlich dann Totenköpfe anfangen zu sprengen, um auf Karten zu hoffen. Oh, lol. Äh, um auf Karten zu hoffen. Und... Alles klar. Und, äh... Äh... Ah, okay. Der ist... Der ist jetzt aber sehr... Also, das ist definitiv ein ganz gefährlicher Raum da unten. Das ist... Wo ist der am Ende der Map? Oh, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist ein gefährlicher Raum, würde ich jetzt mal spontan vermuten. Lass mich mal kurz zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Nee, da sind wir noch nicht am Ende der Map. Ja, ich dachte eigentlich, ich krieg auf die... Oh, äh, gefährlich. Ich dachte eigentlich, ich krieg auf die... Auf die Zeit irgendwann mal, äh, ein Dings... Eine goldene Bombe oder sowas. Aber die haben sich jetzt mir tatsächlich noch nicht offenbart. Die goldenen Bomben. Ich meine, ansonsten müssen wir halt einfach mit Stochastik arbeiten. Und auf Glück hoffen. Es gibt ja ein... Es gibt ja zumindest ein paar... Ein paar Räume gäbe es ja, die ich im Moment bevorziehen würde. Ne? Wo ich erstmal probieren würde. Die, wo gar nichts angre... Oha! Chilliger Raum! Yo, was ist das denn Gutes? Ja, lass mich vor Freude gleich mal treffen, Trottel. Okay, gefährliches... Nein, ich hab grad Dings gehabt. Sehr gut. Kann ich sogar machen. Das Hufeisen braucht man nicht. Oder, äh, Quatsch, was ist denn das? Warte, das ist was anderes, ne? Golden Horse. Ich dachte, das ist, äh... Ich dachte, das ist Magnet. Blödsinn. Was bist du denn jetzt wieder? 50% Chance to get a double item room to spawn on the next floor. Achso, das nützt mir überhaupt nix. Wir haben keinen... Okay. Denn wir haben keinen next floor mehr und wir haben auch keinen item room mehr. Ah, ich dachte erst, das ist was anderes. Ich hab mich da geirrt. I'm sorry. Komm, jetzt goldene Bombe. No goldene Bombe für mich. No goldene Bombe für mich. Okay. Okay, letzter Raum hier. Na, wir haben's gleich. Wir haben auch schon alle Bossräume, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Ja, wir haben alle Bossräume. Okay, mehr kommen nicht dazu. Dann machen wir noch kurz die zwei Räume da in der Mitte. Hier ist gut zum Aufladen. Ein guter Raum zum Aufladen sollten wir hierhin zurückkehren können. Dürfen. Ja, ganz vorsichtig. Jesus im Himmel, was war das denn? Sagt das, ich bin in der Nähe von dem Raum, oder, 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 oder? Ja. Dann könnte es der da oben sein. Na gut, ich würde jetzt erstmal die zwei Räume links von mir machen. Und da hoffen, dass da nichts Gefährliches drin ist. Oh shit. Aber erstmal auffüllen. Da. Und wir gehen vielleicht lieber durch den Raum immer zurück und nicht durch den Feuerraum. Das ist vielleicht ein bisschen risky. Okay. Vorher probieren wir aber noch ganz kurz genau. Hier wollte ich sprengen auf jeden Fall, weil hier sind sehr viele Totenköpfe. Ich brauche ja nur eine Teleportierkarte. Ich brauche nur eine Teleportkarte. Mehr brauche ich gar nicht. Ich würde halt gerne irgendwo springen, wo viele Totenköpfe sind. Ich gehe nochmal kurz ab. Sorry, ich gehe nochmal kurz ab. Die Wege. Weil wo viele Totenköpfe sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine Karte bei rumkommt. Okay, hier war nichts weiter. Hier sind nur so einzelne Dinger. Hier war auch nichts weiter. Nope. Nope. Ah, da oben war dann das Ding. Komische Maschine, die aber von dem, was ich gesehen habe, sowieso nicht das für mich hat, was ich gerne hätte. Kein Totenkopf. Nix. Nix. Gab es nicht weitere Totenköpfe? Gab es da gar nichts mehr? Oh je. Ich glaube, alles umsonst ab, ne? Ah, hier, ja, gefährliche Totenköpfe. Oh, ganz gefährliche Totenköpfe. Aber wir haben blaue Herzen, sollte das jetzt schief gehen? Okay, aber, bin ich ganz ehrlich, für das, was ich gerade gefunden habe, ist das okay. Jetzt hoffe ich nur, dass das keine Teleportkarte, Teleportpille ist. Das wäre dumm. Oh, One Makes You Small ist auch cool. Okay, wie spreng ich das jetzt da am blödsten? Ah ja. Nur zwei Bomben, was soll's. Oh, jetzt haben wir einen Fluch reingekommen. Jetzt könnt's mich automatisch in den Raum bringen, na, dann hab ich Pech gehabt. Ah, ich würde jetzt gern versuchen, nochmal zurückzukommen. Ne, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir sammeln jetzt die beiden HP-Ups ein. Wir sammeln jetzt die beiden HP-Ups ein, bevor das noch komplett schief geht und ich jetzt einfach in irgendeinen Raum teleportiert werde. Wir nehmen die jetzt mit, bevor wir die gar nicht haben. Ne? Bevor wir die gar nicht haben, nehmen wir die mit, weil die sind garantiert. Und insofern passt die Geschichte. So. Dann probieren wir jetzt die beiden Bosse ganz links aus. Ich denke, da hab ich noch recht viel Glück, dass die nicht Delirium sind. Ich denke, da müsste ich noch Glück haben. Es wärst einmal... Du? Nice. Das ist, wobei, das ist einfach nochmal ein HP-Up, ne? Macht das aus HP-Up sonst irgendwas? Ist einfach nur ein HP-Up, richtig? Wie krieg ich denn hier nur HP-Ups? Ja. Einfach nur ein HP-Up. Plus ein HP-Up. Naja gut, es ist halt fest. Es ist halt sicher. Also kann ich's auch mitnehmen. Da kommt's. Vielleicht hab ich ja Glück und das ist gerade der Fool. Das ist es natürlich nicht. Okay, aber auch der Raum dürfte jetzt nicht Delirium sein. Okay, wir werden ein Bücher-Wurm. Schöne Sache. Und bekommen Buddies. Aber wir haben jetzt nicht mehr so viele Räume. Sonst würde ich sagen, ich lade das noch ein paar Mal auf, das Ding. Ey, das nützt mir jetzt nicht so viel. Ähm, tja. Welcher ist am besten als Nächster dran? Oh, es ist echt schwierig. Ich mein, ich hab jetzt noch einen. Da ist es etwas unwahrscheinlich. Und dann hab ich halt einfach Glückschance. Ich hab halt leider nichts gefunden, was ne Dings verhindern würde. Ne Teleport. Äh, was mir ne Teleport ermöglichen würde. Entschuldigung. Das war der Satz, den ich sagen wollte. Ja, und es gibt auch nicht mehr. Es gibt einfach keine, keine vielen Totenköpfe mehr. Na, scheiß drauf. Es ist, wie es ist. Passt schon. Ich geh jetzt noch in den Raum hier rein, wo der, also da, und dann geh ich hier ganz ans Ende. Das ist zwar einer, wo ich mich sehr, sehr unwohl bei fühle, aber mein Gott, das ist halt so. Es ist danach wirklich Glück. Es ist danach wirklich Glück. Okay. Ah, es war zu bald. Ach, scheiße. Das wär cool, wenn das jetzt als Dings zählen würde, ne? Als, als, äh, Satan-Kilf. Das wär chillig, aber zählt natürlich nicht. Looooh. Okay. Auch nicht schlecht. Okay, so. Dann gehen wir jetzt... Aber wir gehen jetzt da drüben zu dem Boss. Der ist halt jetzt der nächste. Hä? Ach so, wegen Ding. Ja, okay, komm, wir haben ja noch Geld. Dann können wir es auch ausprobieren. Lol. Oh mein Gott, es geht dann weiter. Es geht dann einfach weiter. Ich will das haben. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir SMW. Ja. Ja. Oh, das geht dann weiter. Das hab ich nicht gewusst. Das ist ja voll geil. Das ist ja voll geil. Ich dachte, es betrifft nur das eine Item, was man da drin hat. Und zum Schluss macht auch der einen Abflug. Ja, aber geile Geschichte. Ja, aber richtig geile Geschichte hier. Oh mein Gott. Also selbst wenn wir Delirium jetzt nicht schaffen, haben wir neuen Content gesehen, wie Crane Game. Das ist ja geil. Okay, bitte noch nicht Delirium. Ich würde gerne noch weitere Items bekommen. Aber wenn Delirium jetzt kommt, bin ich auch fein damit. Auf geht's. Okay. Ich hab damit gerechnet, aber ich mein, man weiß es halt nicht, ne? Wir machen ihm gut Schaden. Wir machen ihm richtig gut Schaden. Aber ich will, glaube ich, als Dings gar nicht so nah zu ihm hin, oder? Wobei, es läuft im Moment ganz gut. Na doch, es ist ganz gut, mit Berserk hinzugehen. Es macht eigentlich gar nicht so viel aus. Ja, na, warte mal. Vielleicht sollte ich's nicht übertreiben. Ich weiß, ich bin gerade super langsam. Ich weiß nicht warum, okay. Aua. Aber es liegen auch ein paar Rote Herzen rum. Das ist auch in Ordnung. Bruder. Dieses Ding, ne? Okay. Kein Risiko hier eingehen. Vielleicht klär ich das einfach mit dem Straw. Vielleicht weiche ich einfach aus und klär die Scheiß mit dem Straw. Oh mein Gott, ich hab ganz vergessen, dass ich den hier habe. Ja, moin. Ich hab den, 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 den Partieding noch gar nicht eingesetzt. Das war natürlich super. Oh mein Gott, der ist gleich down. Er ist einfach gleich down. Ja, mach nen Abflug, Delirium. Mach nen Abflug. Abflug. Ja, was zur Hölle war das für ein Run? Wir haben ja richtig abgeräumt mit, mit Berserk Mode. Holy shit. Der Straw war, der, der der Strohhalm ist. Absolut gut gewesen. Und ich bleib dabei. Dieser eine Engelraum. Dieser eine Engelraum. Der war Run entscheidend. Der hat mir so viel Möglichkeiten neu gegeben, die ich vorher nicht hatte. Ich war davor fast am Ende. Dieser eine Raum war einfach entscheidend. Holy shit. So, Abflug. Meine Güte. Yo. Also, das war, äh, halt. Das war ein krasser Run. Das war ein krasser Run. Na, jetzt haben wir hier das Papier außenrum ist blutig und so weiter. Das bedeutet Delirium. Also, ihr wisst es selber, wozu erkläre ich's. Puh. Wahnsinn. Ja, dann würde ich aber fast sagen, wir bleiben bei Samson. Dann würde ich aber fast sagen, wir bleiben bei Samson im nächsten Part und gehen dann da weiter. Wir könnten. Ich starte noch einen Run und ich versuche auf, äh, Dings zu gehen. Auf, äh, Speedrun. Und wenn wir den Speedrun schaffen, dann mach ich an der Stelle einfach einen Cut und wir machen nächstes Mal weiter und versuchen dann, äh, uns noch in... Ja, das war schon mal krank hier. Aber wir gucken noch in den Itemraum rein, aber das war schon ein schlechter Anfang. Äh, dann mach ich den Cut und wir versuchen uns dann weiter nächstes Mal in, in Scheol und so. Yo, ich hab schon mal gesagt, das Book of Shadows wär voll gut für ihn. Okay. Aber ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, wenn ich auf Speedrun gehen möchte, ne? Das Gas geben ist ja so gar nicht meins. Oh, wir brauchen ne Bombe. Hier brauchen wir ne Bombe. Oh mein Gott! Gib mir das. Aber ich kann's noch nicht, ich kann's noch gar nicht nutzen. Ich kann's noch gar nicht nutzen. Scheiße. Wir brauchen ne Bombe. No! So viel gutes Zeug. Und ich krieg's nicht. Ach, Mist. Ach, Mist. Okay, Bombe. Schnell, schnell, schnell. So viel Zeit muss sein. Noch ne Bombe. Nein, kein guter Raum. Weil, dauert lange. Fuck. Mist, 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 Mist. Jo, ich hätte nicht gedacht, dass der mich trifft, aber okay. Neh mich so hin. Ist in Ordnung. Darfst du machen. Hast du mich getroffen? Hast du gut gemacht? So. War zu bald. War zu bald. Ich hätt's einsetzen müssen, als... Ich hätt's erst mit Bursack einsetzen müssen. Jetzt ist das Schild weg, bis der Bursack kommt. Scheiße. War zu bald. War zu bald. Ich seh's ein. War dumm. Ich wollt's ja gerade jetzt, wollt ich's haben. So als zusätzlichen Schutz. Ja, damit genau sowas nicht passiert dann. Ach. Fuck. Aber ist okay. Gibt's schlimmeres. Zum Beispiel Tears down. Okay. Nee. Kann ich jetzt nicht anfangen, die Kothaufen aufzusprengen. Äh, aufzuschießen. Das war dumm. Geh kaputt. Keine Zeit für dich. Ich hab keine Zeit für dich. Geh kaputt. Mann. Ah. Geh kaputt. Gott, hat es lang gedauert. Nein, keine Zeit. Lass mich durch. Okay. So viel sollte ich mich dann vielleicht doch nicht beeilen. Wenn ich alles abbrenne da durch. Nein. Jetzt kommt schon der Boss. Nein. Ich wollt's nicht einsetzen. Das war zu... Ah. Das war ja komplett stupid. Muss den Itemraum noch mitnehmen. Ah, Mann. Das war genau, wie ich es nicht Salz setzen wollte. Kann der da oben sein? Ja. Nein. Ja, jetzt nicht mehr. Hätte aber... sein können. Geh kaputt jetzt. Keine Zeit für die Scheiße hier. Itemraum. Nix. Itemraum hier. Mann. Nein. Wieder blaues Herz weg. Lecht. Ne, ja. Scheiß drauf jetzt erstmal. Okay, da ist er. Ich geh schnell weg mit dir. Dich nehm ich stattdessen mit. Ab dafür. Warum mach ich das auf? Mist. Geht weg. Keine Zeit für euch. Husch, husch, husch. Husch. So, Abflug. Wir hauen ab. 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 Abflug. Fertig. Ende. Ende Gelände. Schnell raus. Schnell raus. Keine Zeit. Keine Zeit. Wir sind bei 5,24. Geht so. Kann doch ein bisschen schneller werden. Ach, was ist denn Speeddown, wenn ich einen Speedrun machen will? Was für? So, jetzt hier. Alter. Alter. Komm nicht ran. Drecksviecher. Boah, was ein dummer Raum. Jetzt ist da nur der Scheiß-Shop. Ich wollte gerade sagen, die Evasion-Skill ist gerade, aber da war es schon wieder vorbei mit Evasion-Skill. Scheiße. So wird das nix. Ganz schlecht daran bisher. Ganz schlecht daran. Bis auf, dass wir das Book of Shadows haben, ganz schlecht daran. So, jetzt schnell durch. Ach, so. Oh, wobei, das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Oh, ja. Gib mir das. Nee, gib mir das nicht. Mann. Drecksvieh. Mach dich weg. Junge. Oh, nee. Schon wieder Boss. Wieder nicht den Itemraum als erstes gefunden. Macht euch weg. Tschüss. Wiedersehen. Adios. Aurevideci. Aua. Fuck. Okay, aber das wird ein sehr guter... Sehr gutes Ding hier. Einfach drauf. Hier kurz aufladen. Wieder drauf. Hier kurz aufladen. Wieder drauf. Das war jetzt für den Schild ganz nützlich. Ja. Und kaum ist der Schild weg, werde ich wieder getroffen. Es ist doch so zum Kotzen. Ach, komm. Doppeltreffer von der Fliege. Willst du mich veralbern? Richtig schlecht. Richtig schlecht. Oh mein Gott. Bitte ende mich. Oh mein Gott, war das schlecht. Oh mein Gott, war das schlecht. So. Schnell Itemraum suchen. Vielleicht ist da noch was Nützliches drin. Ansonsten lassen wir's. Ich kann den Itemraum nicht öffnen. Ich hab keinen Schlüssel. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Ich glaub, das ist nicht so gut. Okay, da gehen wir auf jeden Fall rein, weil ich hab nichts zu verlieren. Also das Book of Shadows alleine macht noch nicht einen guten Run aus dem Kollegen hier. Möchte ich kurz festlegen. Feststellen. Da ist mein Schlüssel. Perfekt. Guter Raum. Schlechter Raum. Tschüss. Jetzt muss ich aber noch durch den großen Raum. Mein Gott. Oh nie. Komm, mach Börsack an. Los geht's. Auf geht's. Du Metzeln. Jetzt. Abflug hier. Jetzt ist hier Feierabend. Oh shit. Ja, Feierabend in dem Sinne. Okay. Gut. Mach mal. Mach mal nächstes Mal nochmal. War nur ein Versuch. Ich wollte noch was an den Run ranpacken, weil der so kurz war wegen Void. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Und hier ist ein Versuch. Wir'er erinnern. Und hier ist das. Es ist ein Versuch.